Also ich kann nur sagen, dass Österreich ganz bestimmt mithelfen wird, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und den Prozess voranzubringen und Hürden zu überwinden. An dieser Aufgabe wollen wir mitarbeiten und arbeiten. Aber einen kalendermisigen Termin zu nennen, der dann aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden kann, dass es sehr unerfreulich, da gibt es auch negative Erfahrungen aus früheren Fahnen, daher sage ich, so bald wie möglich.